Ich darf gleich einmal rumgehen zu den Zombies. Cool. Freu mich schon nicht. In die Tür? In die Tür? Was drin? In der Tür war dann... War die Schrotzenmoni, ne? Die nehme ich mal ganz schnell mit. Wenn ich schon mal hier bin, ja. Hier war auch die Schrotzenmoni, oder bin ich jetzt blöd? Ach, hier war die drin, ne? Ich nehme sie mal mit. Was habe ich zu verlieren? Ich bin ja in der Nähe eines Speicherraumes, ja. Das heißt nicht, dass ich beigen kann. Oder nicht so weit weg, das heißt, wenn ich jetzt sterbe und das nochmal neu machen muss, dann kann ich damit arbeiten. Das hätte ich vielleicht auch vorher machen sollen, bevor ich speichern gegangen bin. Egal. Äh. Ich wusste ja nicht, was mich bei dem Serum genau erwartet, ne? Bäh. 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 Oh, ist wieder eine verschwendet. Ich hasse mich. Bäh. Der läuft aus. Kommt schon der nächste an. Oder muss ich weiterhören? Ich hab Angst. Ich hab Angst vor Zombies. Alter, hab ich den Arm abgeschossen. Man sieht immer so schlecht, ob die umkippen oder nicht. Finde ich ein bisschen ungeil. Oh, der ist tot. Von den Kollegen. Hier werde ich jetzt auch noch wegrotzen, ja. Ich kann nicht sehen, ob er blutet. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Nutzen. Nutzen. Moment. Äh. Kombi. Ach, ich bin ja gut in der... Das verreckt doch mal, Alter. Okay, der blutet. Alter. Okay. Will jemand testen. Immer wieder schön wie der ETS-IP einfach so raus raus. Was soll das hier eigentlich? Ich seh doch hier... Hä? Achso, ist das Serum. Ich Arschloch. Hab ich letztens schon gewohnt, da war das danach nur... Genau, wie die Mieren sehen. Hä? Kann ich gar nicht mitnehmen. Okay, dass die zwei Seren sind, ist sicherlich kein Zufall. So, dann weg mit der Schrotzen-Munition. Das muss leider alles geordnet werden hier, ne? Ebenso... Ne, warte mal, jetzt muss ich ja wieder... Ha! Ich bin einer Hurensohn. Egal. So, jetzt hole ich mir nochmal wieder hier ein bisschen Zeug ran. Und zwar ein grünes und ein rotes. Dann werde ich Kombi mit dem machen. Dann sind wir alle glücklich. So. Und dann bricht das Serum mal vorbei, wa? So, ob Richard auch lebt. Aber versuch es. Ja, gut. Was kostet die Welt? Hab ja immer einen Schrotzen-Munigoten und alle getötet hier. War ja jetzt nicht so unproduktiv. Ähm. Mal gucken, wo ich genau lang muss. Das sind mir echt ein bisschen zu viele Wege. Den Gang entlang. Okay. Ich bin einer Hürsen und Furzen gewöhnt. Wenn man nur männliche Freunde hat, ist das normal. Gäbe es mit deinen Zuschauern. Äh. Community Projekt. Mal gucken. Ich habe Angst. Nee, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich weiß aber noch nicht, in welcher Art genau und wie. Ach, fick dich. Warte mal. Hä? Muss ich hier nicht lang? Nee. Hä? Okay. Kurze Verwirrung. Geh wieder. Sagst du seit Monaten. Ja. Das werde ich auch noch weitere Monate sagen. Ah, schön. Ich bin ein Arschloch. Richard. Richard. Voll der geile Name, Alter. Ich kenne sogar einen Richard. Egal. Äh. DS habe ich. Server habt ihr. Ja, Hamachi halt, ne? Benutze ich immer. Benutzen wir. Ich hasse meine Zuschauer. Ich habe deinen Steam, äh, Resident Evil Panzer Cheat. Aber g'spott. Okay. Merk ich mir. Äh. Vor allem A, B, hä? Was wollte ich denn jetzt gerade noch sagen? Ich habe da einen Stream-Kommentar gelesen, da. Ihr seid auch alle hässlich. Wann habe ich das gesagt? Äh. Naja. Gleich in der Tür, Alter. Richard ist sowas von tot. Aber ist mir egal. Scheiß Richard, Alter. Kann mich mal. Sonst würde ich gleich bestimmt killen, wa? Tja. Äh. Tut mir leid, Kollege. Ich lese gleich wieder auf. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Hm. Geh mal weiter. Tee. Kann der Serum mal nicht selber benutzen? Sicherlich. Wollen wir das zuschauen? Krass. Oh mein Gott! Blutspuren. Hä? Blutspuren? Ah! Fick mich Alter Mit so weit rechne ich doch nicht Bist du krank in der Birne, Alter Alter Du Oh nein, wie konnte das nur geschehen Du kranke Stück Scheiße, Alter Aber wo bin ich denn jetzt genau Sein Floor Äh Ich hab immer neue Wege Das ist ja schon mein Anfang Gespeichert, kann alles passieren, Junge Das war so auf dem Tisch Hab ich recht Äh, Farbant Oh, sehr schön Oh, wieder zwei, ich liebe dich Ich liebe dieses Spiel Das war schön, das ist die Vorteile des Immodators Man erkennt einfach, was man, was man interagieren kann Und was man mit Hört steht, was ich meine Äh Okay, ich finde gerade ganz schön viel Schüssel Madissel Das finde ich gut Dann kann ich gleich wieder nichts tragen Das finde ich wieder scheiße Cheap So viele geheime Gänge, ne Das ist echt nicht wahr Hä The fuck Okay Es ist zu dunkel, um irgendetwas Chill Ach, Feuerzeug Ach, Feuerzeug Warte mal Äh Gut, wenn ich jetzt wieder so wie Schüssel gefunden habe Dann Mit Metal Gear wäre das ganz ziemlich einfach Hat gerade irgendwie ein Mädchen geschrien Ja, und ist ein Mädchen Ja, mein Gott, ey Scheiß Fuck Zombie, Alter Kann ich mal am Arsch legen Wo bin ich? Okay, dann gehe ich nochmal kurz in den Raum Hol mir ein Feuerzeug Putte meine ganze Scheiße weg Und dann Mei, alle tot Hallo, toter Richard Hochdramatisch, dass du gestorben bist Ich muss weinen Hab mir richtig mitgenommen Ich muss eigentlich nur weinen Weil ich die letzten vier Tage Quasi nur auf dem Bildschirm gestarrt habe Und nichts davon bereue So Ohne Scheiß, ne Also sonst, äh Zocke ich ja jetzt nicht so viel Also eigentlich so mit Aufnahmen und allem Zwei Stunden am Tag vielleicht Und das ist auch ein Durchschnitt Das ist vielleicht mal ein bisschen mehr am Wochenende Und dann vielleicht auch mal am Tag nicht oder so Ja, dann zeigt er nur den Pill Warte, ich kann hier mal Oh Oh Alles klar Hab leider keinen V-Ausschnitts, äh, die ich euch heute an Wo zur Hölle bin ich hier? Ich bin wieder ein weiter zu weit gegangen, ne? Oh, ich will immer bis ans Ende gehen Bis zum Limit Put it to the limit Limit! Jemals sauge ich nicht so viel, wollte ich nicht sagen Und ich habe jetzt wirklich so seit Overwatch draußen ist Im 24. Also seit vier Tagen Also fünf, den Tag heute habe ich nicht gespielt Weil ich nicht dazu gekommen bin Hab ich quasi fast nichts anderes gemacht den ganzen Tag Und das war heftig Limit Gear Dann lass ich ihn Guck sofort noch Metal Gear Du Schlawiner Guck das an Du Arsch Ja, schön Ich habe auch Metal Gear Solid zu Ende aufgenommen schon, ne? Metal Gear Solid 2 Alter Vierstündige Aufnahme Lass ihn doch, wenn es ihm gefällt Äh Vierstündige Aufnahme, Alter So lange habe ich noch nie aufgenommen Leckt mich am Arsch Das war anstrengend Und vor allen Dingen, weil ich es dabei einfach nur noch durchdrehe Am Ende Alter Ich muss wirklich gestehen Ich habe es am Ende wirklich nicht mehr verstanden Ich bin wirklich nicht mehr durchgestiegen irgendwann Das war zu viel Äh Ich war eine Woche lang nicht in Berlin Hm GTA war wichtiger Das ist wohl eigentlich sogar gut Eigentlich ist es mir egal Äh Grüne Kräuter Lücke Ach, wie war das? Die Lücke ist einfach da Ist mir doch egal Äh Nennen 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 Die behalte ich gerade nochmal Serum kann ich auch immer wegpacken hier Kann ich das Serum jetzt eigentlich hier Ach, das war im anderen Speicherraum Ach, Feuerzeug wollte ich mitnehmen Hm Hoppala Falls das Feuerzeug denn richtig ist Würde ich mal die These aufstellen Ich wäre gerne mal eine Woche lang in Berlin Würde ich sagen Äh Hier sind Grannys 80 plus anderthalb.com Bestseite S80 plus anderthalb.com Gibt's wirklich Sehr gut Rückverkackt Ich bleibe bei meinen Ich bleibe bei meinen Nicht ziemlich extrem Vollzeug ist gut Aber Wirst du es auch richtig verwenden? Das werden wir rausfinden Das ist hier die Frage Feuerzeug sein oder nicht sein Sree Na was für ein Channel ist das? Kann ich drauf gehen? Wird das angezeigt? Nö gar nicht gefällt dir was du siehst ich mich auf die bohren bekommen gleicher spielung die sowas wie benutzer ich habe keine ja nicht gut muss ich das ja nicht noch mal machen auf der wand hängen zu bleiben g wer hat das wieder zurückgeschoben macht keinen sinn spiel ich breche es ab ich bin für tiere das sie können das hier nicht benutzen okay das geht jetzt mal gut los dann lass es ihm 69 prüfe dies ist ein feuerzeug ich kann das drehen da haben sich Entwickler haben sich Entwickler richtig Mühe gegeben Leiter auf Leiter ich schaffe das Ding zu drehen ich bin der coolste ne 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 ein weiteres Rätsel scheiße äh mach doch einmal das feuerzeug an Mädel ey mach ich den jetzt damit kombinieren yeah mit einer waffe alter was denn hier muss ich es hier irgendwie schon machen wow wie läufst du so krankes Viech ey eine Kat okay okay äh wow die Gertz ist an so ach und jetzt ist es auch hier drin hell ah macht Sinn macht Sinn macht fucking Sinn scheißspiel so wieder eine Munition ich brauche keine Munition ich will Waffen äh Waffen genau ich will Items hier Embleme und sowas ne verstehst du schon da du geben die ganze Zeit nie Jesus heißt es so spanisch okay gut dass wir das mit dem Feuerzeug geklärt haben äh geh ich mal nach oben war boah wie einfach die die Stufe übersprungen hab ich das gesehen die ist fett ne cool okay wisst ihr was ich habe viele Farbbänder uhu ich bin ein goldens Emblem 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 ja was denn ich weiß doch nicht wo ich das anwenden muss wenn du hier schon davon laberst ne dann ich hab Angst ich hab Angst ansonsten würde ich jetzt gerne mal in den anderen der für mich nach einem Boss Saarraum rein raus aus rein ne äh und zwar der Sonne ist so laut und zwar gerne da rein ich hab auch ein bisschen Angst ich meine so viele Farbbänder wie ich jetzt hier gefunden hab ich geile Sau ja nur muss die beiden Embleme austauschen hä äh welcher ist auch da okay ähm hä da war doch aber eben gar kein Emblem oder oder was meinst du jetzt ich meine da bei den Mondschein Sonaten Klavierraum hab ich die schon mal ausgedaut ich hab das Bedürfnis hier echt nochmal zu speichern gerade ne muss ich ja ehrlich sagen aber ich weiß nicht ob ich das wieder tun soll drei Farbbänder hab ich hm deutlich wieder eins auf ob fern muss ich das wirklich tun warum laufe ich eigentlich wieder zurück ich laufe eigentlich nur zurück um zu speichern hm oder um die scheiße Munition wegzukommen genau das war ein Austausch beim Klavier aber es gibt noch einen zweiten und durch diesen Austausch wirst du in große Gefahr kommen oh scheiße okay hab ich gesagt du brauchst du von daher wäre ich jetzt tatsächlich mal dafür dass ich folgendes tue wenn ich diese Grütze hier erstmal wieder wegpacke und mich da ein bisschen mit Waffen eindecke denn ich glaube wirklich dass da ein scheiß Boss in der Tür ist das rieche ich ja meine Videospielerfahrung äh sagt mir das deswegen ja was nehm ich denn am besten mit das ist hier die Frage weil hm äh ja Schrotten Munition ist natürlich richtig gut nein ähm ich wollte mal nicht die Schrotze dran mitnehmen ich kann die auch jetzt schon kombinieren ne ja ok was bringen wir auf die Säuregranate an die entsprechende ein Granat hm ne Nuke hab ich noch nicht ne äh Nuke ne 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 Tube mein ich ähm ja reicht schon ne fucking Basuka ups ich will mal gucken was die für Munition hat wenn das hier irgendwo ey pff uhr da hat ho ne ne m Paul ist das über so karpiert zu wissen b b m r 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 So, Granaten kommen auch in den Granaten. Wer war... Der war hier, was Zucker heißt. Frieden, der Patron. Machst du mich zu Bord? Ach, ich hasse euch alle, ey. Ähm. Boah, ich hab Angst, ne? Ich weiß halt echt nicht so recht, was ich dagegen tun soll. Soll ich noch mehr Kräuter mitnehmen? Ist ja schon irgendwie... Knug, möglichst viel einzupacken, ne? Weil ich weiß genau, dass da der scheiß Schlangenboss ist. Das weiß ich einfach. Ich hab das letzte Play gesehen, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich bin mir sehr sicher, dass der da ist, weil... Mein Urin sagt es mir, welches in meiner Hose ist.